Klartext mit Romina Paum Die 24-Jährige hat uns alle mit ihren Liebes-News umgehauen. Jetzt datet sie den Unternehmer Christian Wolf, nachdem sie sich erst im März von Stefano Zarella getrennt hat. Doch das ist nicht alles, in einem ehrlichen Instagram-Statement gesteht die Influencerin, dass sie schon viel früher den Schlussstrich hätte ziehen sollen. Aber Moment mal, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Romina teasert eine exklusive Podcast-Folge an, in der sie bisher ungesagte Details auspackt. Es hat unfassbar gut getan, Dinge auszusprechen, verrät sie. Ein neues Kapitel in Rominas Leben beginnt, und auch Christian bestätigt die frische Beziehung. Toni und ich haben uns getrennt. Dann ist Zeit vergangen. Dann haben wir es verkündet. Dann ist nochmal Zeit vergangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Romina zu daten, gesteht er auf Instagram. Seid bereit für diese aufregende Wendung.